Geile Chance, Alter, gegen meinen unfassbar hohen Skill, äh. Scheiße, die Bomben kommen zu mir, oder was? Oh, no! Ich war so dämlich! Ich fahr runter! Geile Chance, Alter, gegen meinen unfassbar hohen Skill, äh. Ich, der war noch Feuer draußen! Ja! Los! Es lädt! Es geht ewig, dass es lädt, da muss man ganz schön lange warten! Deswegen soll man so was von reinschneiden. Du wichst mal! Ja! Jawoll! Damit, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von GTA Online. Wir sind wieder unterwegs auf dem wunderbaren Megas Games Custom Server mit dem wunderbaren Dennis Jutanta. Moinze! Auch hallo schön von meiner Seite. Ich hab mich für den Devastate entschieden und den jetzt nochmal geupgradet. Ich probier mal den Typhon. In der Hoffnung, dass ich dadurch dann sehr viel Geschwindigkeit habe. Das ist so ein Pagani-Verschnitt, find ich ziemlich nice. Ich hoffe, der Wagen taugt aber auch was. Also, die Map ist schön groß, gefällt mir richtig gut. Ich hoffe, diesmal schmiert der Server nicht ab. Und der Dennis hat jetzt tatsache mal ein neues Internet am Start. Das ist was geiles, wa? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Schmeckt lecker als das Internet. Also, ich merke jetzt schon, es läuft deutlich flüssiger. Ja, das ist echt nice. Kappenrückler, also eigentlich gar keine Rückler mehr. Das heißt ja eigentlich auch, dass es dann nicht an meinem Rechner gelegen hat, sondern tatsächlich am Internet. Oh, die Bombe war direkt da. Ja, der Wagen fährt ganz gut eigentlich. Ah, der hat die beste Aid. Schön schnell. Also, man kommt gut vom Fleck, man kommt gut weg. Aber dieser Speed, da muss man aufpassen. Ich hatte bei dieser Map schon mal auf dem Ivane-Server, dass der Speed mich dann einfach ins Aus katapultiert hat. Das sollte man nur benutzen, wenn man nach innen fährt. Ja, das habe ich auch gerade festgestellt. Ich bin nämlich über einen, also gegen einen gefahren und dann bin ich erstmal... Oh, war das krass. Äh, bin ich erstmal 100 Kilometer in die Luft geflogen, weil ich so schnell war. Oh mein Gott, ich habe die Bombe nicht be... Also, ich hatte die Bombe und habe sie im selben Moment wieder abgegeben. So zwei Sekunden vor Schluss. Oh, ausgebremst, ihr Typen! Haha! Ich mache euch platt! Geile Chance, Alter, gegen meinen unfassbar hohen Skill. Scheiße, die Bomben kommen zu mir, oder was? Oh! Nein! Ich war so dämlich! Ich fahre runter! Geile Chance, Alter, gegen meinen unfassbar hohen Skill. Äh... Digga, dafür habe ich die Bomben-Dinger, äh, die Bomben-Menschen richtig hops genommen, Alter. Die dachten, die wollten beide zu mir, ich fahre einfach raus. Hahaha! Es geht schon wieder gut los. Freunde, Megas Games, richtig geiler Custom-Map-Server. Wird von so manchem als GTA-6-Spiel-Modus bezeichnet. Jo! Der Typ mit der Bombe ist gerade unter dir durchgefahren. Als in der Luft war's. Link, falls es den Server noch gibt, zu dem Zeitpunkt, äh, weil die Folgen kommen, äh, so gefühlt ein Jahr später erst online, also... Wenn's den Server noch gibt, dann findet ihr den Link unten in der Videobeschreibung. Ähm, einfach aufklicken und selber zocken. Ja, und jetzt beobachten wir mal ein bisschen den Denos, aka Pikachu, falls ihr euch wundert, wo er denn ist. Ach, Pikachu, genau. So, jetzt hat er die Bombastika. La Chica. Und er hat noch drei Sekunden Zeit. Kann er's schaffen! Oh Gott! Uuuhh! Uuhh! Ich hatte... ich hatte zu viel Speed! Ah, scheiße! Ah, arg, Mann! Zu viel Bombastik-Speed, Alter! So, sind noch zwei da. Smithy und Shellcon. Boah, sauber gemacht, aber... Wird's reichen? Ich hab' ihn berührt, lol. Eieiei, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus! Und Shellcon! Mann! Und Shellcon gewinnt die erste Runde. Oh, schon wär' so close, ne? Ah, ich hatte aber nicht ein einziges Mal die Bombe gehabt. Ich weiß nicht, ob's an meinem Skill liegt, oder... Ähm... Ob ich einfach nur... Glück oder Pech hab', wie auch immer man's nennen möchte. Wirst mal bitte mein Auto nicht direkt vom Anfang an zerschrotten, das wär' ganz geil. Ich dachte nämlich, die wären noch geghostet, hab' ich voll in den einen dann reingefahren, direkt am Anfang. Das war toll. Und, hab' ich mal die Bombe zum Start? Nope, wieder mal nicht. Der Wester 8 ist tatsächlich sehr gut, aber... Ey, Digga, mein Auto ist schon wieder am Arsch, Alter. Es kann doch nicht sein, dass meine Karre direkt wieder in den Arsch geht. Oh, der Typ mit der Bombastika ist wieder an mir vorbei gekrustet. Hahahaha Irgendwie find' ich das so witzig, Alter. La Chica Bombastika Komm zu mir Bombastik Dynastik Gott Bomba! Wrenn mich nicht vor der Bombe! Nein! Alter, mein Auto. Ah, direkt neben mir spawnt die Bombe. Jawoll! Wuuuuh! Oh Gott, ich bin fast selber rausgefahren grade. Junge, ich muss echt mal aufhören selber zu verkacken, ey. Wuuuuh! Hahahaha! Huiii! Wuuuuh! Jawoll! Oh, wieder neben mir bei mir. Wuuuuh! Wuuuuhu! 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 Er wollte... Er dachte, ich war ich aus, ich bin nicht ausgewichen und dann ist er mir ausgewichen quasi. Richtig geiler Typ, Mann. Nix da! Bist tot? Ne! Nice! Ah, la Bombe! Hahaha! Ciao! Oh Gott, da ist la Bombastika! Wuuuuhu! Wuuuuhu! Jawoll! Outplayed, Alter! Oh, schon wieder direkt vor mir die Bombe! Ah! Ah! Nee, 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 nee! Nee, 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 nee! Wollt sie mir geben, aber das... Ey, so ein Wichser, wirklich! Dit lass er mir dir bieten, ey! Oh Gott! Ja, tschau, Alter! Verpasst du, Alter! Du bist ein nächster von Spielern, weißt du, er hat nicht mal die Bombe, aber er... Digger! Er kinkt mich zu denen, wenn die Bombe hat... Ah! Atomized! You are atomized! Gott, manchmal bräuchte ich jetzt wirklich mal die Maus, um die Kamera besser zu drehen. Oh Gott, ich sehe, dass die hinter mir sind! Oh! 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 ... Mich raus! In dem Moment hatte ich eh die Bombe gehabt! Scheiße! Der Europterer, er kickt mich selber raus in den Tod, Alter. Er fährt selbst raus, der Bastard. Und schickt mich mit. So. Luis und Babu Baru und... Loll, er hat ihn doch berührt. Luis hat gewonnen. Nice. Weiter geht's zum nächsten Game-Modus. Weiter geht's. Kaladesh, richtig geiler Modus, in dem ich richtig scheiße bin. Aber jetzt haben wir Teams. Vielleicht ist es jetzt ein bisschen geiler. Ich bin im Blue-Team und du? Ich bin im Roten. Dass wir aber auch jedes Mal... Dass wir aber auch jedes Mal... Ich hab gar keine Ahnung, welche Karre. Ich glaub, ich nehm den Ignus. Der ist schön breit, schön fett. Boah, Junge, wie der aussieht. Jawoll. Das muss so... Junge, der Ignus sieht schon geil aus. Yo. Los geht's. Was haben die anderen denn so? Den Nerozyklone, die nehmen halt alles Mögliche. Aber ich hab immer das Gefühl, ich hab den Schwächeren. Ich nehm den Tyrant. Also, ich hab immer das Gefühl, egal welches Auto ich nehme, es gibt immer irgendjemanden, der einen wegrammt und man selber fällt irgendwie 10 Kilometer weit und er bewegt sich so einen Meter. Match 1 auf 3. Ich weiß auch nicht, wie die... Oh Gott, wird das wieder... Oh Gott, das mit dem Ramm ist immer so ne Belastung. Bist du das? Ja. Hallo. Nein. Nein. Das war bössig. Boah, geil. Ach, schade. Ich will ja auch jetzt so ein bisschen auf Angriff mal spielen. Das bringt ja nichts, wenn man immer so Pussy mäßig spielt, aber... Was? Oh Gott, er rammt mich fast raus. Perfekt. Ich fahre Fullspeed. Bist raus? Und er fährt so ganz leicht und rammt mich einfach todesweit weg, weißt du? Das ist... Hä? Ah, perfekt. Ich bleib direkt da stehen. Jawoll! 8 zu. Das ist 7 zu 4. Okay. Eins, lol. In einer Runde ist der andere rausgeflogen. Was war das denn? Hä? Auf einmal, ich sehe, da sind noch vier übrig. Auf einmal einer übrig. Auf einmal... Weg. Okay, erste Runde geht ans richtige Team. Ja, nee. Der Typ reicht nicht an. Junge. Der hat er da. Zwei von drei... Okay. Okay. Ich spiele mich mal ein bisschen defensiver. Es wird halt immer entspannter. Du musst halt eigentlich nur so die ersten zwei Runden überleben und ab dann ist es eigentlich recht entspannt. Weil so ist halt viel zu viel los. Ja, ich fahre raus. Perdeckt. Ich fahre raus. Bei mir war nichts. Nichts. Kein weiß. Unfassbar hohen Skill, ey. Go, go, Red Team. Alter. Junge. Bei mir war nichts. Perfekt. Aber der wurde verkackt einfach so, Alter. Da bist du da. Jetzt muss ich mal ein bisschen mit in Bewegung sein. Digga, ich war... Alter, aber wirklich. Oh, ciao. Oh, was? Jo, perfekt. Ah, und noch rauskauen. Nice. Ja, ja, ja. Ja, Digga, ich hab das bei mir halt nichts wahr, Alter. Ich war gefühlt im einzigen Bereich der ganzen Map, wo kein Weiß war bei der ersten Runde. Oh, Alter, er ist ja richtig Pro. Ah, schade. Diesmal sieht es gut aus für euch. Ich gönne es euch jetzt. Dann steht es nämlich 1-1 und dann bist du mal richtig spannend. Und es wird pink. Okay, easy. Runde weg. Oh, 5-2 nur noch. Sieht nicht gut aus für uns, sage ich dir ganz ehrlich. Das sieht gar nicht gut aus. Und die nächste Farbe ist... White. Das ist ja wieder easy. Junge, die Farben werden dir zurechtgelegt. Ey, das gibt's doch nicht. 2-1 nur noch. Jetzt ist es richtig eng. Forza! Auf geht's! Er geht direkt auf Kollisionskurs. Und es wird pink aus. Oh. Oh, er hat getauscht. Ich hab einen Swapper. Ja. Ach, du hast den Swapper eingesetzt, oder was? Ja, ich hatte einen Swapper offensichtlich. Ach so, falls du runterfällst. Hä, aber wie OP ist denn das? Wenn du runterfällst, kannst du einfach swappen, oder was? Ich kann ihn einfach nicht schieben. Er ist wirklich wie ein Stein, Digga. Forza! Los geht's! Hä? Hä, lol. Ich hab's gerade auch gesehen. Okay. Witzig. Jo, schwarz. Oh, und eins gegen eins. Eins gegen eins. Eins. Haha. Hex. Yes. Jetzt gegen ihn. Hä? Er fährt doch richtig langsam irgendwie die ganze Zeit. Na doch jetzt. Und rot ist es und er gewinnt. Boom, Digga. Boom. Dennis, Mensch. Super gemacht. Wahnsinnsrunde. Das war schon Pro-mäßig. Das war schon echt gut anzusehen, oder? Das war schon sehr angenehm. So. Okay. Oh Gott, ich muss ganz kurz, also ich muss, scheiße, wir müssen die Aufnahme kurz gleich mal pausieren nach diesem Ding. Ich muss ganz dringend kurz was erledigen. Jetzt gehen sie alle auf mich. Junge, wir sind ein Team. Boah, der muss ganz kurz antworten. Es tut mir leid, Freund, ist gerade wichtig. Äh, scheiße. Äh. Ah. Ups. Sorry, Dude. Fuck, fuck, fuck. Okay, so. Ich habe geantwortet, ich muss es jetzt gleich machen. Aber. Nein. Oh, verdammt. Hey. Okay. Ich bin da einfach durch den Rückstoß von dem rausgeschossenen Farbding einfach. Junge. Okay, Freunde, ihr beobachtet mal die Runde. Ich verlasse mal ganz kurz die Aufnahme. Ich muss nämlich ganz kurz was erledigen. Bis gleich. annual. No. lift. falsche. A ströbe Prosecke not so immensmal Dann, Pero ... alles. alles. Schiss. No. Ja! And Dann. So Freunde, melke mich erstmal zurück. Ich mache hier gerade nebenbei noch kurz Zeug. Äh, ja. Ja, zur Not mache ich nächste Runde, lassen wir einfach so mitlaufen. Dann kommt die nicht in die Aufnahme rein. Ich muss jetzt hier kurz 5 Minuten was machen. Dann sind wir wieder so weit. Komm Corillo. Wer gewinnt? Schafft das blaue Team den dritten Sieg? Wer wird's holen? Es ist weiß. Es ist sehr, sehr ausgeglichen. Eui, eui, eui. Es sind so viele Farben, ey. Alter, wenn es schwarz kommt. Alter, schwarz ist nur eine einzige Fläche. Ne, drei. Okay, jetzt dreimal. Dreimal. Ist es braun? Und der blaue. Jawoll. Eins gegen eins. Komm Junge, komm! Es wird wieder spannend. Ich sehe das schon. Ich sag dir, jetzt kommt es schwarz. Okay, komm. Pass mal. Hat Team Rot die besten Eins gegen Eins Spieler? Das ist orange. Komm Blau. Oh, Karin. Der Kalen heißt oder Karin? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das ist. Junge, er zündet Boost und unser hat einfach gar keinen Rückstoß. Und Gray. Uh, jawoll. Ah, knapp. Aber die Runde endet tatsächlich mit einem Unentschieden anscheinend. Draw. Witzig. Gut, Freunde. Wir sehen uns bei der nächsten Runde. Dann bin ich auch wieder voll für euch da. So, weiter geht's. King of the Target. Jetzt bin ich auch wieder voll und ganz für euch da, Freunde. Ich bin im blauen Team. Wie sieht es bei Dear Ars? Gelb. Genau, King of the Target. Ich glaube, dass wir mal in ein Team kommen, ist schon... Ab und zu hatten wir es ja auf dem Eiwein hingekriegt. So, was nehme ich denn für eine Karre? Ich brauche irgendeine... Boah, weiß nicht. Ich nehme den S80. Ja, ja. Ich glaube, mit dem habe ich sehr gute Chancen, weil da die Leute gerne mal rüberfahren. Ich entwehren tatsächlich sehr viele hier bei mir. Naja, die Teams sind voll. Acht Spieler in meinem Team. Es wird verrückt werden. So, wer steht länger in der Mitte? Wer wird es schneller... Richten. Einfach überleben. Der Wagen ist ja richtig scheiße. Oh, komm. Geld. Komm, ich bin doch die ganze Zeit hier. Warum ist keiner von meinem Team da? Alter, ich werde die ganze Zeit... Na, ich bin rausgeschmissen dran. Mal noch drauf. Was? Alter, sind doch so viele. Alter, Alter. Mann. Alter, gelb. Ja, wir führen. Nein. Grün führt. Oh Gott. Perfekt, halt. Ich habe Agro angemacht. In dem Moment wurde ich schon rausgehauen. Nein. Wir sind gerade mit schwacher Zweiter. Ja, grün. Verpiss dich. Der grün sich da in der Mitte einfach einen Stammplatz oder was. Jungs, mehr als die ganze Zeit hier drin zu sein, kann ich auch nicht tun. Ja, ich auch nicht. Ich bin auch die ganze Zeit hier. Ich bin nicht raus. Ah. Ja, ich fliege durch die Luft und so, aber ich bin auch noch drin, also. Alter, grün. Hat doch ne Saal. Alter. Einfach über die Krupp. Einfach über die Krupp. Einfach über die Krupp. Einfach über die Krupp. Mann. Ja. Alter, ich bin jetzt so lange drin hier. Äh, was denn jetzt? Ja, jetzt bin ich raus. Alter, grün macht ja jeden platt. Alter, gelb und blau sind auf einem Level. Hey, grün, Junge. Da bist du ja. Die grünen Motten doch. Nein, ich muss ihn raushauen. Ja. Nein, ja. Da hab ich ihn rausgekickt. Ich bin jetzt bestimmt selber rausgefallen und du kriegst den Kähn dafür. Ja. Nein. Ach, stand da. Ich hab mich rausgehauen. Hä? Ja, du hast mich rausgehauen, obwohl du mich gar nicht rausgehauen hast. Ja. Scheiße, mir ist es zurückgefallen, Alter. Ich bin so intensiv, Junge. Grün hat schon 80 Prozent. Ja, Digga. Echt mal. Überpasst euch doch mal jetzt. Jawohl. So, gut, klar. Blau drin. Jawohl. Jetzt müssen wir mal drinbleiben. Okay. Mein Maid Shorty, Digga. Shorty. Richtig süßer. Ja, Digga. Mein Maid haut mich raus, oder was? Ja, mein Maid. Alter. Ich dank dir für gar nichts. Wo Pfeiffer. Fennig Pfeiffer. Also der Anfang war geil, aber seitdem ich das erste Mal runter bin, komm ich nicht mehr rauf. Ja, grün ist gleich durch. Fuck. Schaffen wir es noch auf Platz zwei. Alter, wir sind gerade prozentgenau gleich gewesen. Alter, jetzt kommen wir richtig krass. Alter, gerade kein Grün. Lol. Lol, nur Blau ist drin, oder was? Hä, wo sind denn die ganzen anderen? Ey, unfähigen Maid für mich. Ey, gerade war nur Blau. Alter, gerade waren nur Blaue drin. Schade. Bin ich immer auf der zweiten Seite. So, los geht's. Zweite Runde. Komm, wir waren gut drauf. Wir waren gut dran. Ey. Wow, Digga. Mein eigener Maid. Der kommt mich weg. Warum? Ja, das Auto funktioniert genauso, wie ich möchte. Oh Gott. Mann, der ist so dumm, der Spieler. Wirklich, der fährt zum Fullspiel. Ich weiß nicht, ja. Fullspiel schwingt so gut bei ihm. Ey. Ja, jetzt dominieren wir. Oh mein Gott. Jetzt dominieren wir. Komm, ich bin seit dem ersten Mal, bin ich immer noch da. Ich bin kein einziges Mal. Ich stehe immer noch da. Alter. Alter, ich werde so durchgereicht hier. Ich bin immer noch drauf. Alter, 34%. Jawohl. Alter, immer noch drauf. Oh, jawohl. Alter, immer noch da. Digga, meine Karre ist schon so kaputt. Nee, ah, verdammt. Jetzt bin ich das erste Mal erst raus. Aber wir sind... Ah, komm, wir haben gleich die Hälfte. Jawohl. Das holen wir. Oh. Ah. Nein, ich... Jetzt schaffe ich es nicht, drauf zu... Schon wieder dieser Zest-Moi. Was ist denn mit diesem Typen los? Alter, der ist so broke. Immer Zest-Moi. Der hat mich letztes Mal auch schon fünfmal rausgekauen oder so. Komm, du bist ruhig. Alter. Ey. Oh mein Gott. Ich werde so... rausgekegelt, ey. Scheiße, Wahnsinn. Komm schon. Jawohl. 75%. Nein. Ich bin... Oh, sie flogen, Alter. Wieder von Grün. Junge, Grün ist richtig stark. Scheiße. Wir haben uns gleich. Ja. Mein Mate. Alter. Er springt auf meinen Arsch drauf. Und ich fliege erst mal nach... Ja, Junge. Ja, Junge. Mein Teammate kickt mich auch wieder raus. Alter. Was ein Teamplayer. Aber es sieht gut aus für uns. Es sieht sehr gut aus für uns. Der Rode so schlecht. Fuck. Digga, ich werde schon wieder rausgekickt direkt. Nein, 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 nein. Alter, ihr habt Grün gleich. Stark. Ja, komm, wenn ich wieder noch ein bisschen... Dann gucken wir ja mal gut. Komm. Ich bringe das Flamme. Oh, ich habe auch Flammen. Aha. Buuuuh. Da ist er. Ja. Ich habe 14 Kills. Yes, ich habe 12... Nee, 12 Death. Freunde. Das war's. Von dieser Folge geht ja online. In der nächsten Folge geht es weiter mit geilen Modi hier auf diesem Server. Ah. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich sage jetzt Tschüss und bis zum nächsten Mal. Au. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017